tachchen und seid schön gegrüßt strubbelpeter ist wieder da und hat eis dabei das hier das mövenpick espresso mit hasenusskugant ganz exklusiv wie drauf steht und ob das ganze auch exklusiv schmeckt schauen wir uns an in diesem test deswegen bleibt dabei nach dem intro gibt es lecker eis zu essen zumindest für mich ihr guckt dabei zu und habt hoffentlich eine menge spaß bis gleich ja hallo liebe freunde freunde des eiskalten genusses es gibt mal wieder was zu picken und zwar mövenpicken mövenpick espresso mit knusprigem hasenusskugant ganz exklusiv ist glaube ich eine relativ neue sorte kostet regulär um die 3 40 oder so was soweit ich mich recht erinnere 3 30 normalerweise im angebot ich habe es aber nicht gekauft von da weiß ich jetzt nicht ob es im angebot war ist jedenfalls mal ein schönes kaffee als mal wieder und kaffee als ist ja immer gut und es gab auch tatsächlich sehr lange kein mövenpick mehr und auch sehr lange kein cremissimo mehr obwohl cremissimo auch nicht so lange ich meine es gibt jetzt ihr wisst ich bin nicht der allergrößte mövenpick fan cremissimo liebe ich sehr aber es kam letzter zeit nichts neues mehr raus die letzten waren ja irgendwie dieses solero schauen was ende des jahres kommt jetzt haben wir jedenfalls mal wieder hier ein mövenpick und schauen es mal zusammen an große packung ihr kennt das 850 milliliter drin 445 gramm und damit halt so ein ja lufteis kaffee eis mit hasenusskugant die zutaten könnt ihr euch hier anschauen wir haben natürlich die üblichen sachen wie entrammte milch zucker mögnerzeugnis kokosfett als ersatz fürs milchfett glukosesirup gehackte hasenusskugant 1,5 prozent löslicher bohnenkaffee 1,3 prozent und dann so viel karamellsirup und natürlich bindemittel um die ganze konsistenz zusammenzuhalten das ganze von nestle die nährwerte seht ihr hier für ein solches eis eigentlich ja normal um den dreh wobei ein bisschen mehr fett glaube ich als viele andere mövenpicks hat es schon ne wobei im moment ich vertue mich gerade 247 für einen mövenpick ist doch schon ziemlich viel ja mehr fett ist drin offensichtlich okay könnte geil sein wird vielleicht dadurch besonders lecker ich habe hier mein schüssel geholt werde ich aber gleich in der küche portionieren da können wir uns das gleich zusammen anschauen ich bin sehr gespannt ich liebe kaffee eis es gibt zu wenig kaffee eis leider habe ich keine sahne da wäre natürlich geil wenn man die auch noch drauf sprühen könnte ja wir schauen uns jetzt gleich mal die portionen an ich habe gedacht warum die leute nicht dabei zugucken lassen wie ich das eis portioniere ich meine ist jetzt nicht verweis wie spannend aber wir sind ja hier auf einem food kanal ja ich meine ihr guckt es euch ja schließlich an dann könnt ihr auch gerne dabei zuschauen wie ich das eis portioniere systematisch kann man das ganze dann sich immer in solche rechtecke zum beispiel denken das mache ich jetzt auch einfach mal mir das in so ein viereck denken so da kann man ganze hier geil ist natürlich wenn man sich die messer vorher immer warm macht oder heiß macht dann kann man sich das so schön ja dann schneidet das richtig geil aber andererseits ist das ding ja auch so schon relativ gnädig was durch den durch luft was es angeht und da kann man sehr gut schneiden so das mövenpick stellen wir jetzt noch einmal daneben für ein schönes foto für mich und jetzt muss ich das neue eis schrank bringen und dann wollen wir mal probieren was dieses eis so kann so da haben wir uns mal ein bisschen die nahaufnahme an so weit so relativ beziehungsweise ziemlich unspektakulär ihr habt schon gesehen als ich es aufgemacht habe wir haben keine auflage großartig drin wir haben keine verschiedenen schichten wir haben einfaches eis und hier sieht man schon mal so ein bisschen den krokant der steckt hier wirklich drin ist nicht nur obendrauf hier eine spitze vom löffel könnt ihr sehen was ich besonders liebe wenn man was aus einer packen raus portioniert in den rennen hat man direkt dann schon schön angetaut und kann es sich raus löffeln und man sieht hier auch richtig man kann das richtig sehen dass es luftiges eis mit bindemitteln ist das sieht man halt einfach und oh ja sehr guter kaffee geschmack überall sind hasenusskorkant stückchen drin kleine stückchen überall verteilt das kann man hier sehen ah schön ach wisst ihr ich esse eigentlich viel zu selten so luftiges eis ich bin auch einer der tatsächlich irgendwo immer sagt ja ist ja luft drin ist ja dann halt weniger als so dichte sahne als aber gerade cremissimo zum beispiel hat es extrem gut raus luftiges eis zu machen es ist einfach toll und auch dieses mövenpick hier hat es raus die leute die schon lange meine videos schauen guckt in die playlist ich habe schon zig mövenpicks auch getestet ich finde sie meistens nicht so geil von der konsistenz sind nicht so cremig und voll dass sie auf jeden fall schon was vielleicht auch daran liegt dass man ein bisschen mehr fett drin ist als bei anderen und dadurch schmeckt es mir gerade echt ganz gut man wirklich fast wie von fast schon wie so ein sahnigen geschmack gut nach kaffee jetzt aber auch nicht so hat doch es ist schon recht intensiv so espresso mäßig und es schmilzt spitze im mund ich habe dabei noch mal was mitgebracht wie man sich das ganze noch ein bisschen kippen kann zwischen schoko sprinkles drauf aber an sich ist das also schon wirklich fein also die kappe kaffeeliebhaber von euch die können da bedenkenlos zuschlagen da kann man sich kaum kann man kaum enttäuscht enttäuscht werden für die die jetzt gerade eingeschaltet haben nein die sprinkles waren nicht dabei also schönes eis hier kann man noch mal gut sehen dass da wirklich viel luft drin ist in den blasen und das macht es dann aber auch cremig schmilzt gut dadurch und es ist einfach ein leckeres kaffee ist und spektakulär aber wir haben hier auch kein ben jerrys oder hagen das gekauft sondern ein mövenpick und da wiederhole ich mich und sage ihr seid kaffee eis fans kauft euch dieses alles es ist lecker macht am besten ein bisschen sprüh sahne drauf und dann seid ihr happy ich muss mir die nächsten tage mal ein bisschen gedanken darüber machen dass ich mal wieder meine bewertungen einführe die ich jahrelang gemacht habe aber jetzt nicht mehr spontan wirklich eine 2 geben ich finde es richtig gut ich hätte schön gefunden wenn vielleicht oben noch ein bisschen deko drauf gewesen wäre aber reingeschmacklich vom schmelzen super tolles eis einfach lecker kauft es euch mövenpick espresso daumen nach oben und ja das war's würde ich sagen vielleicht wird immer noch ein anderes schönes kaffee als in einem kommentar empfehlen würde ich mich freuen ansonsten sage ich danke fürs zuschauen macht's gut und ciao